Ich möchte immer, ich möchte für die Kinder einmal erzählen, weil ehrlich, wir sind alt geworden und wir haben immer die Hoffnung bekommen, dass wir werden was tun. Warum ich sage immer, frag deinen Sohn, frag deine Tochter und so, weil du hörst von ihm. Einmal gibt es einen Mann, alle Araber, wenn sie Probleme haben, sie kommen zu ihm. Alle, wenn das, vor dem Islam, glaube ich, alle Araber, sie kommen zu ihm, immer jeder unterrichtigt, gebraucht eine Geschichte. Sie kommen zu ihm, eine Lösung zu finden. Und er von Weisheit ist bekannt, immer er löst die Probleme zwischen den Stämmen. Wenn kommt ein Krieg und so, er löst mit seiner Weisheit. Einmal ist für ihn ein Stamm gekommen, von so weit. Und sie haben gesagt, wegen der Erben gibt es einen Mann, wir wissen nicht, ob er ein Mann oder eine Frau hat. Er hat zwei Sachen und das Geschlecht hat ein Geschlecht von einer Frau oder einem Mann. Allah hat ihn so erschaffen. Er hat gesagt, wir wissen nicht, dieser Mann ist ein Mann. Oder eine Frau. Er hat gesagt, okay, bleibt ihr hier, ich muss überlegen. Mit Erben. Weil er hat zwei Sachen und... Dann, subhanallah natürlich, als sie sind gekommen zu ihm als Gäste, er muss jeden Tag für sie schlachten und Essen geben, damit sie warten auf seine Antwort. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fast ein Monat. Und immer sagt, morgen bekommt ihr eine Antwort. Er hat fast alle seine, seine Schäfe, hat alles fast geschlachtet. Und der Mann hat kleine Mädchen, der kümmert um seine Schäfe und seine Kamele. Jeden Tag, du weißt, derjenige, der hat Schäfe und Kamele, muss vor der Sonne eingangen. Er muss immer früh gehen, weil vor der Sonne wird stark und Hitze. Dann kann nicht, sie müssen nach Rasen suchen. Und diese Mädchen, sie waren zwölf, dreizehn Jahre, sie sehen die Gäste bei ihm und die Schäfe sind langsam wenig, wenig, wenig. Dann hat er ihm gesagt, oh mein Herr, sag, was ist dein Problem? Du machst dich pleite. Sag, du machst pleite. Und die Leute bis jetzt, sie haben, was hast du, was wartest du, damit sie gehen weg? Er hat gesagt, Belé, lass mich, lass mich ruhen. Geh, nimm dein Leben. Er hat gesagt, nein, erzähl mal. Dann hat er ihm gesagt, guck mal, meine liebe Tochter, hat sie gesagt, diese Leute sind für mich gekommen und sie haben keine Lösung für einen Mensch, hat zwei Geschlechte, von Mann und von Frau. Sollen ihm geben, ein Teil von Frau oder von Mann. Okay? Und ich, ich habe die Lösung nicht gefunden. Sie hat gelacht, hat gesagt, ist das ein Problem? Hat gesagt, was denn? Hat gesagt, wat ba'al me'al me'bel. Guck mal, dieser Körper, von wo kommt sein Urin? Von der Geschlechter, von Mann oder von Frau? Wer kommt von Frau, das ist eine Frau. Von Mann, hat gesagt, guck mal, geh, wann du willst, arbeite, wie du willst, mach, was du willst. Und sie hat für ihn die Lösung gefunden. Und das ist meine Botschaft für euch alle. Ihr solltet immer mit den Kindern reden, was macht die Kinder fest an dieser Religion. Und hier dieser Mann, derjenige, die Menschen, die Araber, sie reden mit seiner Weisheit. Eine kleine Mädchen, ihr Leben mit Kamele und mit Schäfen und mit Sachen, sie hat für ihn eine Lösung. Und bis jetzt diese Lösung, meine, ist ein Beispiel für alle Leute. Natürlich in Deutschland, sie brauchen nicht diese Lösung, weil die Frauen und die Männer sie bekommen, gleich, gleich. Okay, aber für uns und unsere Religion, wir haben etwas anderes. Wer die Asbahat Ka'adasharaya ist ein Regel geworden bei den Gelehrten. Ja, da, 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 da